Nicht arbeiten zu können oder nicht zu dürfen, ist eine schwere Beeinträchtigung von einem glücklichen Leben. Und aus Sicht des Wirtschaftsministers brauchen wir wirklich alle Hände und Köpfe, die wir im Land haben und die, die wir noch holen wollen. Wenn ich das noch sagen darf, ich habe neulich den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt, da gibt es eine Zahl, das ist das Potenzialwachstum. Also wenn alle Probleme gut bearbeitet werden, Energiepreise gehen runter, schnelle Bürokratie und so weiter, was könnte das Land leisten und das Potenzial im Wachstum geht nach unten. Wir hatten in den 80er Jahren 2%, jetzt gehen wir auf 0,5%. Warum? Es fehlen uns die Hände und die Köpfe, das ist, alles kommt zusammen. Das sind ja keine Selbstverständlichkeiten, dass wir Zuwanderung brauchen und dass ein Gerede von, wir müssen Leute wieder loswerden, nicht nur menschenunwürdig, sondern standortschädlich ist, das ist ja eine politische Positionierung und eine, die wir in langer Zeit nicht so klar bekommen haben. Ich habe eben schon darüber gesprochen, was die Wachstumsaussichten von Deutschland sind. Dieses Potenzial, das hat verschiedene Ursachen, also die Potenzialerweiterung. Nicht nur sind es die Hände und Köpfe in diesem Land, es geht um Kapitalmarktzugängen oder auch die Frage, wie schnell wir zur Entscheidung kommen. Aber ganz wesentlich ist es der sogenannte demografische Wandel oder Faktor, wir werden älter, okay, das ist sehr schön. Aber eine ältere Gesellschaft wird, wenn sie nicht dagegen anarbeitet, schnell weniger produktiv. Und deswegen müssen wir jünger werden, das heißt nicht biologisch jünger werden, das wird nicht gelingen, aber in der Art, wie wir unser Land denken. Es geht um ein großes Thema. Es ist eben schon deutlich geworden, wir alle reden über Arbeits- und Fachkräftemangel in Deutschland. Und verrückterweise ist das erst mal jetzt, heute, Ergebnis einer gar nicht so schlechten Entwicklung. Denn trotz aller Krisen der letzten Jahre und aktueller Herausforderungen, es waren noch nie so viele Menschen in Arbeit wie heute. 46 Millionen Erwerbstätige. Also schon ein fleißiges Land. Aber Robert Habeck hat es angesprochen, wenn wir uns jetzt nicht kümmern, wird das Problem Arbeits- und Fachkräftemangel zur zentralen Wachstumsbremse für Deutschland. Und der Jahreswirtschaftsbericht ist eben angesprochen worden. Ja, wir haben jetzt konjunkturelle Probleme, weil beispielsweise wir als starke Exportnation damit zu kämpfen haben, dass die Weltwirtschaft schwächelt und damit auch die Exportnachfrage. Ja, wir haben Sektoren der Wirtschaft, die unter besonderem Druck stehen. Ich denke mal an die Bauindustrie durch hohe Zinsen. Aber eigentlich sind wir nach wie vor, trotz alles Geredes, ein starkes Land. Aber wir brauchen Update. Und das Update betrifft vor allen Dingen strukturelle Herausforderungen. Die Frage, wie wir eine nachhaltige, eine bezahlbare Energieversorgung hinbekommen, wie wir Planungsbeschleunigung, Bürokratieabbau machen in diesem Land und wie wir Arbeits- und Fachkräftebasis sichern. Wir wollen heute reden mit Ihnen über die Frage, was im Bereich Ausbildung notwendig ist. Denn wir reden über Arbeits- und Fachkräftemangel und haben gleichzeitig 1,6 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 29 ohne berufliche Erstausbildung. Und ehrlich gesagt sehe ich die in den Jobcentern später oft wieder, weil mittlerweile zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Den wollen und müssen wir eine neue Chance geben, auch mit dem Bürgergeld auf Qualifizierung, auf Nachholen eines Berufsabschlusses, um sie aus der Bedürftigkeit in Arbeit zu bringen. Aber wichtiger wäre es, diese Entwicklung gemeinsam zwischen Staat und Wirtschaft den Nachwuchs abzugraben und jedem jungen Menschen eine Chance zu geben, über Ausbildungen Einstieg zu bekommen ins Erwerbsleben, weil wir auf niemanden verzichten können. Wir wollen Arbeitskräfte, aber es kommen Menschen. Und deshalb brauchen wir auch einen Geist in dieser Gesellschaft, der weltoffen ist. Und dass der Bundespräsident heute mit der Wirtschaft in Baden-Württemberg und den Sozialpartnern zusammen ein Zeichen setzt für Weltoffenheit, ist eine Frage unserer Demokratie, aber ist auch eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft. Wir können uns stumpfen, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auch rein ökonomisch in dieser Gesellschaft nicht leisten. Wir sollten ihn uns aber auch überhaupt nicht leisten als Gesellschaft. Das ist ein klares Signal auch vom heutigen Tag, meine Damen und Herren. Es geht immer um die Menschen, die etwas machen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns über die Fachkräfte, über dieses Potenzial, das wir in unserem Land haben, auch die Gedanken machen. Und bei mir im Ministerium liegt natürlich ein Schatz, den wir haben in unserem Land, und das ist die duale Ausbildung. Und darüber wird in der Öffentlichkeit, finde ich, viel zu wenig gesprochen, welche Perspektiven sie hat und wie wichtig sie ist und was wir eben schon an tollen Dingen hier haben. Und deswegen, liebe Azubis, das ist ein toller Türöffner, ein tolles Sprungbett in einen tollen Karriereweg, Bildungsweg und auch dann beruflichen Lebensweg. Und natürlich für Sie, liebe Unternehmerinnen und Unternehmen, ist es ja auch etwas, was einfach Ihre Zukunft ist, die Menschen in unserem Land. Bei uns verlassen noch zu viele junge Menschen die Schule ohne Bildungsabschluss. 45.000 plus. Das ist für jeden Einzelnen schwer, seinen Lebensweg zu gehen, aber es ist auch für uns als Gesellschaft ein Verlust. Ich meine, Sie spüren das ja alle, dass eben die Köpfe und die Hände fehlen, die wir dringend brauchen. Und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, wirklich etwas Großes zu schaffen. Wir haben nämlich das Startchancenprogramm auf den Weg gebracht. Der Bund gibt 10 Milliarden Euro über 10 Jahre, die Länder geben das Gleiche nochmal dazu. Es ist wirklich ein groß angelegtes Programm, aber es geht mir dabei nicht nur um Geld, sondern es geht darum, dass wir ganz zielgerichtet in die Schulen gehen, wo die jungen Menschen es am allerschwierigsten haben, weil sie eben nicht die Unterstützung haben können. Und weil wir von Anfang an uns klare Ziele setzen, den Schulen mehr Freiheit geben, mehr Möglichkeit geben zu unterstützen. 4.000 Schulen bundesweit unterstützen wir hier. Eine Trendwende in dieser Bildungspolitik ist in unserem Land dringend notwendig, meine Damen und Herren. Sie müssen innovativer sein, innovett. Sie müssen internationaler sein. So ein Jahr mal woanders oder eine Zeit woanders, das ist eine Bereicherung für jeden Auszubildenden, aber auch für die Unternehmen. Und was mir ganz besonders, worauf ich mich freue, ist, dass wir es schaffen, jetzt auch die Begabtenförderwerke zu öffnen, damit eben dort auch nicht nur Studentinnen und Studenten, sondern eben auch die Auszubildenden mitdiskutieren über die Zukunft unseres Landes. Also, auch hier müssen wir schneller werden, unbürokratischer werden. Wir haben das Potenzial, nutzen wir es. Wir sind ein Fachkräfte-Einwanderungsland. Ich freue mich drauf.